ja und damit erst mal herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem youtube-kanal folgendes es ist halt so dass ich ja normalerweise heute die auswertung gemacht hätte was das artwork event angeht leider ist es so dass bei dem artwork event meine mitarbeiter nicht anwesend waren eine wahrheit anwesend die andere leider nicht das hat es mir leider schwieriger gemacht das auszuwerten weil einige wissen halt ich bin ich bin nicht der mensch der der ja die das wissen über kunst hat wie eventuell jemand anderes darum ist das halt für mich auch nicht leicht gewesen darum muss ich euch leider mitteilen ich hatte letzte woche angekündigt dass ein komplett neues konzept haben das wird auch fortgesetzt also generell also ihr müsst keine sorge haben das artwork event geht wie gehabt weiter aber diese woche fällt es leider aus es tut mir auch sehr sehr leid ab nächster woche fangen wir dann offiziell an mit dem neuen projekt also mit dem mit dem neuen konzept das wird dann halt auch viel viel einfacher für euch in der bewertung halt auch und da wird sich einiges ändern ihr wisst ja es gibt noch keine preise zu gewinnen es ist so dass das auch geplant ist aber auch nur dann wenn wirklich mal ein paar mehr leute mitmachen das heißt statt 14 das nur wirklich ein paar leute die künstler sind oder halt die auch zeichnen auf dem disco server sind dann würde ich das eventuell machen weil es lohnt sich an sich für mich nicht was sich halt auch ändern wird ist ganz kurz mal erklärt dass man hat ja vorher hat man ja wie heißt das genau das mit dem was ich euch halt immer am anfang angeboten hatte mit dem mit den also mit den meine güte ich habe wieder den faden verloren mit dem mit dem link vom instagram profil so jetzt habe ich es meine güte entschuldigung dafür ich bin heute irgendwie lost was so was angeht mit dem instagram profil dass ich die personen anschreibe leider war es leider in letzter zeit so dass auch die gewinner ich dann halt auch angeschrieben hatte und ich keine reaktion bekommen habe von denen keine antwort gar nichts darum habe ich das fallen lassen habe das nicht mehr gemacht darauf wird auch in zukunft wieder geachtet was wir halt brauchen ist ganz einfach ein team also ich bin gerade dabei ein team ansuchen es haben sich auch ein paar gemeldet die interesse daran hätten das wird dann halt immer also die auswertung ist immer sonntags um 15 uhr mittlerweile also 15 uhr auswertung danke dafür also 15 uhr auswertung es kann eine stunde gehen es kann auch weniger dauern das ist je nachdem wie viele leute mitmachen aber nichtsdestotrotz wir freuen uns wirklich über jeden der 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 da daran beteiligt ist und halt auch interesse zeigt ne logisch ist es halt dass wir jetzt halt auch noch mit channels arbeiten also das komplette team das artwork team artwork auswertung team bekommt eine eigene kategorie auf dem disco server einige haben es ja auch wahrscheinlich schon gesehen es ist mittlerweile ein kompletter minecraft server bei mir auf dem server vertreten aber dazu kommen wir in anderen video ja ich persönlich war ein bisschen enttäuscht muss ich ganz ehrlich sagen dass es halt so gelaufen ist dass ich selber nicht die auswertung machen konnte an der stelle kann ich nur noch einmal ganz kurz sagen viele abends akzeptiert und haben es auch verstanden es tut mir von herzen leid dass ich die auswertung diese woche nicht machen kann das event läuft weiterhin also wir haben jetzt statt einer woche haben zwei wochen aufgelegt das heißt diese woche die die woche die alt waren offiziell ist ja das artwork event jetzt beendet aber wir haben das jetzt verlängern lassen um noch eine woche das heißt nächste woche ist dann wie gehabt wieder die auswertung und dann fängt das wieder alles normal weiter an nur mit verneuerungen und verbesserungen und alles drum und dran damit es euch halt auch für euch halt auch noch nicer ist und so weiter und so fort da habe ich schon einiges geplant oder ist halt auch in planung mit der mit dem team falls ihr euch gerne anschließen wollt am team könnt ihr das gerne tun den link von meinem video findet ihr unten in der beschreibung ist von meinem video entschuldigung von meinen disco server den link findet ihr unten in der beschreibung können da gerne mal reingucken vorbeischauen künstler sind generell herzlich willkommen genauso wie gamer alles drum und also wir sind mittlerweile 315 leute auf dem disco server schon eine menge wie gesagt es tut mir leid dass es diese woche leider nicht stattgefunden hat die auswertung aber nächste woche ist wieder alles wie gewohnt ich hoffe ihr akzeptiert das und versteht das auch an der stelle kann ich nur sagen bis zur nächsten folge oder bis zum nächsten artwork event ja an der stelle bedanke ich mich an alle die teilnehmen an den artwork event und natürlich an meiner community auf dem disco server ihr seid einfach wunderbar genauso wie auf meinem youtube kanal ihr seid einfach wunderbar kuss geht raus auf jeden fall an der stelle vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ihr akzeptiert das ich sage nur bis zum nächsten mal ciao vielen Dank